Was in diesem Video passiert. Ich kann sogar meine Mutter anrufen, Alter. Okay, dann ruf die doch mal an. Will ich mal sehen. Okay. Nein, mein Energy ist leer. Nein. Warum? Äh, Leute, ihr seid ja schon wieder hier. Yo, Leute. Was geht? Flakes hier. Ihr seht schon, ich bin wieder mit meinem Renegade Raider am Start. Und heute werden wir versuchen, wie beim letzten Mal, in einen TikTok-Clan reinzukommen. Aber diesmal einen Mädchen-TikTok-Clan. Ich habe die Anführerin schon geaddet. Sie wird jetzt gleich mit mir zocken. Und mal gucken, wie sie reagiert, wenn sie meinen No-Skin sieht. Mal gucken, ob sie mich trotzdem reinlässt oder nicht. Ob sie die Runde direkt lief. Mal schauen, wir werden sehen. Und am Ende werde ich auf jeden Fall meinen Renegade Raider zeigen. Und mal gucken, wie da ihre Reaktion sein wird. Bevor das Video beginnt, habe ich aber eine kleine Story für euch. Leute, ihr seid die beste Community, die es auf YouTube nur gibt. Gestern hat mich einfach ein Zuschauer draußen erkannt. Und hat mich gefragt, ob ich ein Bild mit ihm machen kann. Und ich ja direkt, ja klar können wir ein Bild machen. Der war so richtig schüchtern, Leute. Und da wird mir erstmal klar, was ich hier auf YouTube mache. Und wie viele von euch mich einfach kennen. Also, falls ihr mich auf der Straße erkennt, ihr könnt mich gerne ansprechen. Und ein Foto mit mir machen. Geht auf jeden Fall klar. Leute, ich liebe euch. Danke, dass ihr jeden Tag meine Videos schaut. Und jetzt, let's go. Hallo, hallo, bist du da? Hallo. Ähm, bist du, die den Mädchen-Clan führt? Ja. Äh, ja, weil ich hab dich doch auf TikTok angeschrieben. Beziehungsweise ich hab auf TikTok deine Werbung gesehen. Und ich will unbedingt in euren Mädchen-Clan kommen. Und ja, ist jetzt, glaube ich, kein Problem, dass ich ein Junge bin oder so, oder nicht? Äh, ja. Also, eigentlich sind ja Mädchen drinnen und keine Jungs. Ja. Aber ich, ja. Es ist, aber ist okay. Wenn ich ein guter Spieler bin, kannst du dir eine Ausnahme machen, oder? Ja, ich schau's mir zuerst mal an. Okay, Ehre, Ehre, wenigstens etwas. Dann würde ich sagen, wir looten jetzt erstmal. Und dann beweist ich, dass ich der beste Spieler der Welt bin. Glaubt mir. Ich will unbedingt in eurem Klan kommen. Naja, der Beste bist du sicher nicht, weil wir Mädchen sind die Besten. Hä, wie? Nur Mädchen sind die Besten, meinst du? Ja. Äh, da, ich weiß nicht. Die meisten Pros sind aber Jungs. Warum sind die meisten Pros Jungs? Also, so Streamer und so, die richtig gut spielen können. Ja, Jungs meinen das immer nur. Ja, ja, warte mal. Ich hab hier, ups, ich hab schon eins benutzt. Aber ich hab noch hier so Slurpee. So, ähm, ähm, wie heißen die? Splashies, meine ich, hier. Äh, du bist ja No-Skin, echt jetzt? Oder ladet dein Skin nur? Hä, wie mein Skin ladet? Ne, ne, ich bin No-Skin. Ist das, ist das ein Problem, oder was? Och, Mann, schon wieder No-Skins. Hä? Ja, okay, eigentlich hast du jetzt keine Chance, in unseren Klan zu kommen. Hä, wieso denn nicht? Ja, No-Skins sind schlecht. Hä? Hä, ich dachte, du willst sehen, wie gut ich bin, und jetzt sagst du, nur weil du mein Skin siehst, dass ich schlecht bin, oder was? Hä? Ja, No-Skins sind immer schlecht. Hä, du laberst doch. Warte mal, du nimmst mich bestimmt gerade, hopps, du bist gar nicht so. Och, laber doch nicht so viel. Oh nein, als ob ich... Hey, aber gib doch auch mal No-Skins eine Chance. Das kannst du doch jetzt nicht machen. Ja, beweis es mir einfach, aber ich weiß jetzt schon, dass es nix wird. Hä, als ob jetzt. Gleich unsympathisch geworden. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Weißt du, wieso ich weiß, dass ihr No-Skins schlecht seid? Warum? Weil meine Mutter bei Epic Games arbeitet, und da kann man sehen, wer gut ist. Also Mädchen oder Jungs, oder halt No-Skins und so. Ach so, und da steht drin, dass nur Mädchen gut sind und nur die einen Skin haben, oder was? Nee, Skins nicht, aber ob sie besser sind wie die Jungs und so. Ach so, okay. Und deswegen sagst du, dass Mädchen besser sind, oder was? Ja, weil man... Es sieht man ja da. Hä, du laberst, als ob deine... Erstens, als ob deine Mutter bei Epic Games arbeitet, und zweitens, als ob es da ein Programm gibt, oder sowas, wo man sehen kann, wer gut ist und wer schlecht ist. Du laberst mich doch nur voll. Nee, das gibt es. Hä, du lügst, safe, du lügst, du laberst... Ich kann sogar meine Mutter anrufen, Alter. Ja, klar, okay, dann ruf die doch mal an, will ich mal sehen. Okay, okay, du kannst hören. Okay, hä, okay. Ja, okay, sie ist auf der Arbeit, ich weiß nicht, ob sie dran geht. Äh, okay. Also, bei Epic Games, oder was, bei der Arbeit? Ja. Okay, sie geht nicht dran, aber ich kann später. Okay, okay, leg lieber auf, leg lieber auf. Nicht, dass ich hier Stress bekomme mit deiner Mutter oder so, weißt du, wie ich meine? Oh, oh, oh. Ja, eben. Okay, 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 äh, ich bin ja schon ruhig, okay, ich bin ja schon ruhig. Ich bin ja schon ruhig, aber, ähm, du bist ja so gut anscheinend, dann will ich jetzt, dass wir einen Sieg holen, beziehungsweise, wir werden zusammen den Sieg holen, weil ich bin einer der besten Spieler, auch nur, weil ich NoSkinBank agiere. Ähm, warum lachst du denn? Das hast du jetzt nicht gesagt, das hast du jetzt nicht gesagt. Doch, was ist denn los? Oh mein Gott, es ist, als ob du mich jetzt auslässt. Mach doch nicht diesen, Alter. Ich habe gesehen, ihr habt voll die coole Werbung gemacht auf TikTok. Ja, haben wir auch. Ja, von wegen, ihr seid der beste Clan, Mädchen, Clan, dies, das ist ja auch richtig nice aus alles. Und jetzt machst du mich fertig, weil ich NoSkin bin, oder wie? Äh, ja, normal, NoSkins sind immer schlecht. Ja, komm, Alter. Ich dachte, guck mal, ich mache oft, ähm... Mann, komm, sei doch leise. Hä, lässt du mich jetzt nicht mal ausreden, oder was? Ich bin so anstrengend. Hä, was für anstrengend, nimm mich mal mit hier. Nimm mich mal mit, mit der Maut. Nee, du kannst schön dableiben. Wieso denn? Nimm mich doch mit. Ich muss doch... Ich kann alleine spielen. Wieso alleine? Solo. Ist besser, wie mit dir zum Zocken. Hä, aber wie soll ich mich dann beweisen? Hä, du spielst jetzt alleine, oder wie? Okay, dann, guck mal, du gehst nicht mal in die Zone rein. Ich würde mal sagen, du musst mal in die Zone. Oder soll ich das dir erklären, weil du so schlecht bist? Oh mein Gott, Alter, Alter. Sag mal, wie lange arbeitet schon deine Mutter bei Epic Games? Schon seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren, okay, okay. Ich habe sogar OG-Skins alle. Und ich habe unendlich V-Bucks. Ich kann mir alles kaufen. Hä, wieso hast du OG-Skins und unendlich V-Bucks, hä? Weil meine Mutter mir das geben kann. Dafür muss sie nichts zahlen. Und ich auch nicht. Hä, weil sie bei Epic Games arbeitet, oder was? Ja. Okay, irgendwie glaube ich das dir nicht. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, dann glaubst du das halt nicht. Ich habe sie sogar anrufen wollen. Ja, ja, du hast bestimmt irgendwie eine Freundin oder so angerufen, um so zu tun. Und sagen, ja, von wegen, die kann nicht rangehen. Ja, ja, labere mich nicht voll. Genau. Und ich wette mit dir bestimmt, dein Vater arbeitet auch bei Epic Games. Lass mich raten. Nee, mein Vater nicht, aber meine Mutter. Ah, okay, okay. Lol, hier sind ja richtig dicke Fische am Start, Mann. Was sind das hier für Fische? Was laberst du? Keine Ahnung. Okay, okay. Ja, moin. Kann ich jetzt mal mitfahren hier? Ja, dann fahr ich mit. Okay, Ehre. Perfekt. Lass mal in die Zone fahren. Oder weißt du was? Irgendwie, weil du mich so... Oh mein Gott. Ich gehe lieber raus. Ich habe keine Lust auf dich. Ich gehe hier lieber in mein Boot. Perfekt. Guck mal, ich bin eh viel schneller als du. Guck mal, No Skin Power. Hier. Easy. Und du sagst mir, du bist gut? Ja, komm, geh weg. Ja, bin ich auch. Ja. Wie viele Kills macht ihr denn immer in so einem Spiel? 17 oder so? 17 Kills pro Runde, oder was? Was? Jeder von euch? 17 Kills? Ja. Weil wir spielen meistens nur zu zweit oder so. Ah, und dann machst du 17 Kills und dein Mate 17 Kills, oder was? Ja. Logisch. Was für logisch? Du laberst mich eh nur voll. Wer schafft denn 17 Kills in einer Runde zu zweit? Ja, wieso fragst du dann bitte? Ja, weil ich eine ehrliche Antwort vielleicht erwarte oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja, bekommst du ja, aber du glaubst es mir ja nicht. Ähm, keine Ahnung, irgendwie. Und sag mir mal einen Grund, warum du... Ja, moin. Geiles Auto, muss ich sagen. Ja, ich muss noch danken. Ja, ja, tschüss. Was? Digas, bleib hier. Warum? Mann, hier Nosekins sind deine Supports. Nein, nein, ich komm nicht hoch. Nein. Digas, machst du halt da? Warte, warte, warte. Ich muss hier mal... Nein, 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 nein. Ey, komm, ich hab das Auto gefunden. Mein Auto. Das hab ich gefunden. Jetzt sag mal nochmal, warum sind Nosekins schlecht? Ja, weil sie generell schlecht sind. Da muss man nicht sagen. Ja, aber das ist doch nur ein Skin, was du dir gekauft hast. Darum ist man dann automatisch besser, oder was? Ja. Nein, das stimmt eben nicht. Stimmt. Nein. Komm mal, warte, warte mal, warte mal. Steig mal aus hier, steig mal aus hier. Nein, ich steig nicht aus. Steig jetzt aus, hab ich gesagt. Nein, nein, nein. Du bist so lost. Du wirst jetzt bestimmt von irgendeinem Gegner gehört. Und der tötet dich jetzt. Safe, safe. Komm mal, ne Frage an dich. Du bist doch hier so selbstbewusst und mobst mich hier die ganze Zeit. Hast du überhaupt nen Freund? Ja, sicher. Ich hab sogar mehrere. Was für mehrere? Was laberst du denn? Ja, Digga, ich hab voll viele OG-Skins. Ich hab alle. Und dann schreibt mich jeder an und so. Ja, jetzt komm. Alle stehen auf mich. Ja, nur weil du OG-Skins hast. Was, alle stehen auf dich? Ja. Ja. Guck mal, man merkt schon. Warum bin ich denn anstrengend? Du bist ja anstrengend. Ja, du laberst so viel. Warum laber ich denn viel? Ich muss doch mit dir reden. Ich will doch in deinen Clan kommen. Ja, dann laber keine Scheiße, ob ich Single bin oder so. Wirst du jetzt mitfahren oder nicht? Ja, ich fahr mit, aber mach jetzt hier mal was Gescheites. Fahr mal irgendwo hin, wo wir gescheiten Loot bekommen. Ja. Mann, 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 Alter. Wie findest du eigentlich die Autos hier in Fortnite? Ja, super. Nice. Ja, aber wärst du ein richtiger OG, dann würdest du das gar nicht feiern, dass Autos drin wird. Zum Beispiel ich, ich bin ein richtiger OG und ich feier Auto gar nicht. Ja, genau, du und OG. Hä, was denn? Ich bin OG, ich spiele schon seit es Fortnite gibt. Ja, aber warum hast du dann keines Kinds? Weil ich kein Geld ausgeben will? Was? Was ist das für eine Lache überhaupt? Ja, dann steig doch mal aus, anstatt nur zu sagen, da Gegner. Hier, ich hab den zwei Hits gegeben und du? Du musst erstmal hier aus deinem Auto aussteigen. Komm mal mit jetzt, lass mal weg hier. Mann, komm, laber doch nicht so viel. Ja, jetzt wirst du dich verbissen oder was? Ja, okay, dann gehen wir halt hin. Komm, mach mal was hier. Ja, ich mach was. Achtung da, voll viele Gänger. Ja, komm. Ja, mach doch mal was. Wow, du hast durch in den Himmel geschossen. Schön. Hast du gut gemacht. Ja, tut das nicht mal da. Ja, ich bin doch da. Ja, du schießt ja nicht mal. Oh, du bist so lost. Mann. Du bist so schlecht. Ja, der ist hier. Ja, wie wär's, wenn du irgendwas mal machst? Hä? Was hast du gerade gesagt? Ja, ich hiel mich gerade. Ich hab nichts gesagt. Ja, gut. Da unten kommen Gegner. Ja, schön für dich. Dann kill ihn halt. Ich hab einen getroffen. Oh, Mann. Was? Ja, schön. Ja, wie schlecht. Sei halt mal da, oder? Oh, scheiß los, Kind. Sei halt da. Ja, guck mal. Siehst du, wie schlecht du bist? Ja, was ist schlecht? Du bist doch als erstes hier down gegangen. Mann, komm, laber nicht. Ey, warte mal. Auch wenn du mich bestimmt nicht mal adden willst oder sonst was. Kann ich dich mal adden und dich in die Lobby kurz einladen? Geht das klar für dich? Ja, aber nur kurz. Ich hab nicht so viel Zeit für Muskel. Okay, dann lade ich dich jetzt ganz kurz ein, okay? Bis gleich. Bis gleich. Hallo? Danke, dass du mich eingeladen hast, auch wenn ich dich nicht so mag. Bist du da? Ja, ich bin da. Ähm, kann ich dir mal... Ja, ja, lass mich erst mal ausreden. Kann ich dir jetzt mal einen Skin zeigen? Du glaubst mir nicht, dass ich einen Skin hab? Ja, hast du sicher auch nicht. Okay, warte mal. Ich zeig's dir jetzt mal. Du glaubst mir nicht, dass ich einen Skin hab? Gar keinen Skin. Glaubst du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Nein? Nee. Okay, warte mal. Ich zeig dir jetzt mal einen Skin, okay? Ähm, vielleicht glaubst du mir dann ja. Ja, dann zeig mal deinen OG. Ja, wow. Ein Skin, wow. Achso, du glaubst auch nicht, dass ich OG-Skins hab? Nee, also safe nicht. Okay, ähm, warte mal, warte mal. Glaubst du mir echt nicht, dass ich einen OG-Skin hab? Nee, nee. Okay, warte mal, warte mal. Das ist sicher nur Skin-Changer. Ich rufe einfach meine Mutter ab. Ich rufe meine Mutter an. Hä, warum rufst du jetzt... Was? Warum soll mich deine Mutter bannen, hä? Ja, das ist... Digga, das ist doch nicht echt. Äh, klar ist es echt. Dann zeig mir den ganz Wurm oder so. Den Wurm soll ich dir zeigen. Ja. Hier, hier. Oder irgendwas. Hier, und jetzt? Glaubst du es mir jetzt? Willst du immer noch deine Mutter anrufen oder was? Nur weil deine Mutter bei Epic Games arbeitet oder was? Also, du kannst gerne in unseren Clan kommen von mir aus. Egal, ob du jünger bist. Äh, ja, jetzt auf einmal. Okay, warte, ich komme jetzt in euren Clan. Äh, gib mir kurz eine Sekunde. Okay? Kann ich rein oder was? Ja, ja, ja. Okay, dann gib mir eine Sekunde, okay? Okay, okay. Bis gleich, bis gleich. Ähm, Leute, ich würde sagen, ein zweites Mal Ehre genommen. Ja. Bis zum nächsten Mal.